Hallo zusammen! Willkommen zu diesem Video. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, dann deshalb, weil Sie mehr über dieses erstaunliche blutdruckverbessernde Präparat namens CardiaVital wissen wollen. Ich habe mich entschlossen, dieses Video aufzunehmen, weil ich es zwei Monate lang verwendet habe und großartige Ergebnisse erzielt habe. Ich möchte euch meine Erfahrungen damit zeigen und euch auch mein Feedback geben, und warum ich dieses Präparat auf diese Weise verwende. Zuallererst möchte ich Ihnen sagen, dass es eine sehr einfache Sache ist, aber eigentlich ist es meine Absicht, vielen Menschen zu helfen, weil dieses Präparat so erstaunlich ist und die Leute wirklich versuchen, daraus einen Vorteil zu ziehen und versuchen, sie in die falsche Richtung zu lenken und ihnen Links zu geben, die nicht von der offiziellen Website sind. Ich denke, es ist wirklich falsch zu versuchen, gefälschte Produkte zu verkaufen, nicht wahr Jungs? Also habe ich CardiaVital über den Link zur offiziellen Website gekauft. Das ist die einzige Seite, wo man tatsächlich legitime CardiaVital zu Ihnen nach Hause sicher und mit sehr schnellem Versand geliefert bekommen kann. Ich habe die Links gleich hier in der Beschreibung und im ersten persönlichen Kommentar hinterlassen. Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Sie CardiaVital wirklich ausprobieren wollen, gehen Sie einfach in der Beschreibung dorthin und finden Sie den richtigen Ort. Gut gemacht. Also Leute, zunächst einmal bin ich zu meinem Arzt gegangen und er hat es mir empfohlen, weil ich sehr jung bin. Er sagte mir, dass ich nicht wirklich eine Operation oder so etwas brauche, oder teurere Verfahren. Und er sagte mir, dass dieses Präparat für viele Männer und Frauen großartige Ergebnisse bringt. Also gab er mir eine Probe. Ich habe CardiaVital also 30 Tage lang ausprobiert, bevor ich es tatsächlich gekauft habe. Und Leute, ich hätte nicht glücklicher sein können, denn in den ersten paar Wochen war diese Ergänzung wirklich sehr trendy, weil es eine erstaunliche neue Technologie hat, die die Nährstoffe so schnell in meinen Blutkreislauf gehen lässt. In der ersten Woche habe ich das sehr stark gespürt, aber schon nach ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, dass meine Durchblutung stärker war. Ich fühlte mich die ganze Zeit wohler, ich war wieder erfrischt, mein Blutdruck war innerhalb der ersten Woche wieder normal. Ich war mir also sicher, dass CardiaVital ein ganz anderes Präparat ist als seine Konkurrenten. Mein Körper war bereit, aber ich hatte immer noch mehr Energie an den Tagen, an denen ich keine Lust hatte, etwas zu tun. Gut gemacht, ich mag es, wie ich es ausdrücke. Also Leute, CardiaVital ist fantastisch. Das Nahrungsergänzungsmittel ist völlig natürlich und hat keine Nebenwirkungen. Und es versprach nicht nur, meinen Blutdruck zu kontrollieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass er bei meinem Lauf länger anhält. Es gibt Leute, die das Präparat schon länger verwenden als ich, und die tatsächlich auch erstaunliche Ergebnisse erzielt haben, das kann ich Ihnen sagen. Und Leute, dies ist ein sehr differenzierter Nährstoff, so nennen sie es, und er verspricht, euch die zwei wichtigsten Dinge in unserem Leben zu liefern, verbesserten Blutfluss und mehr Energie auf einer täglichen Basis. Sie halten damit nicht nur länger durch, sondern haben auch die nötige Ausdauer, um gesund zu sein. Nun, Leute, CardiaVital macht sie wieder zu einer Maschine, das sage ich, und es gibt keine Geschichte von 24-Jährigen, 35-Jährigen, 40-Jährigen, 50-Jährigen bis zu 60-Jährigen benutzen CardiaVital und bekommen ihr Leben zurück. Okay, ich habe dazu nicht viel zu sagen, denn es ist ganz einfach, er hat versprochen, euch das zu geben, und es erfüllt seine Funktion sehr gut. Also Leute, wenn ihr das wirklich ausprobieren wollt, schaut euch die Website hier in der Videobeschreibung an, wenn ihr mehr über CardiaVital erfahren wollt. Und sie können deine Lieferung sofort beschleunigen und dir das Präparat sehr schnell und diskret nach Hause liefern. Es wird in einer Verpackung verschickt, die niemand erkennt, so dass die Leute nicht sehen, was es ist, richtig? Das ist sehr wichtig, denn ich weiß, dass sich viele Menschen dafür schämen. Sie müssen sich aber nicht schämen. Und weil CardiaVital ganz natürlich ist und ich es sehr sicher eingenommen habe, empfehle ich es. Und Leute, das war meine ehrliche Bewertung und mein Feedback als Kunde. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, es zu nehmen, und ich werde wahrscheinlich nicht damit aufhören, weil es mein aktives Leben heute wieder in Gang gebracht hat. Alles klar, wir sehen uns, Leute!